Pilot, die IMC wird weiter nach uns suchen. Unsere einzige Überlebenschance ist ein Treffen mit Major Anderson. 60 Klicks von unserer aktuellen Position. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. So, weiter geht es mit einer neuen Folge Titanfall 2. Schön, dass du da draußen wieder am Start bist. Und natürlich ein Dankeschön für die ganzen Leute, die die letzte Folge bewertet haben. Weiter geht's. Hier ist Formel 3-2. Wir haben hier unten schwere Verluste. Wir bitten dringend Unterstützung. Wir haben schwere Verluste. Keine Sorge, Jungs. Ich bin unterwegs. Ist das BT? Schön, wie zu sehen. Wir können Hilfe brauchen. Klar, wer denn sonst? Und boom. Okay, machen wir es kurz. Okay, machen wir es kurz. Alter, mein Kollege hier wird gefinisht. Nein, Bruder. Es tut mir leid. Ich konnte leider nichts für ihn tun. Schießen kannst du, aber kannst du auch töten? Ja, klar. Schau mal hier. Na, wie gefällt dir das? Tut weh, oder? Was laberst du? Ich vernichte dich. Ich liebe die Action in dem Spiel. Es fühlt sich einfach fucking gut an. Okay, die ganzen Soldaten hier holen wir noch weg. Blop, 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 blop. Bäm. Ding in die Schnauze. Alles klar. Dann geht's rund. Die ultimative Vernichtung von uns. Diese grünen Kanister hier, die heilen uns. Alles klar, wissen wir Bescheid. Noch irgendjemand? Oh, Alter, fliegen hier die Brocken rum. Wie die platzen, die kleinen Viecher. Ja, komm, hau raus. Derber Damage, ne? Richtig derber Damage. Kumpel, dir geht's gut. Gemeinsam können wir es schaffen. Alles klar, niemand mehr hier. Doch, hier vorne. Boah, wie wir die pulverisieren. Man fühlt sich so verdammt überlegen. Das hochentwickelte Design dieser Titan-Waffe könnte uns einen taktischen Vorteil verschaffen. Bist du etwa verliebt. Das menschliche Konzept der Liebe erfordert Bewunderung, Anziehung, Hingabe und Respekt. Fazit, ich bin zu 50% verliebt. Mit dem Tone-Load-Out können wir Gegner erfassen und mit Zielsuch-Raketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. BT, du alter Lümmel, du. Na gut, F1 und Tone. Da drüben war ein Helm. Ich hab ihn gesehen, aber ich hab keine Ahnung, wie ich hinkomme. Hier geht's nicht durch. Moment. Wie können wir den Titan bitte schön verlassen? Mit V? Mit E? Mit E? Was denn jetzt? Radioaktive Strahlung oder was? Okay, gar nicht gut hier rauszugehen. BT. Wie bekomme ich den Helm? Da drüben ist die Tür. Da drüben ist auf jeden Fall eine Tür. Da oben ist auch eine Tür. Da ist auch eine Tür. So viele Türen. Naja, schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie hinkommen. Ja, die Dinger hier, die brauchen wir nicht. Hier vielleicht durch? Ich versuch's. Ne, die Türen bleiben zu. Was ein Move. Wie so ein Spielzeug. Ba-da-Boom. So, hier hab ich ein Shield. Das andere Loadout hat mir besser gefallen. Neues Shield. Was will denn der hier? Okay, Salvensystem bereits. Nice. Ach, wie süß. Er steht da oben. Das andere wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Alles klar. Jetzt muss ich selbst dran. Mit der Schrotze auf Distanz. Bruder, da fliegt dir der Kiefer weg. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin, ha? Ach, die armen Teufel. Klar, haben keine Chance gegen uns. Wir sind zu derbe. Alter, ist eigentlich ganz blutig hier das Spiel, oder? Ne. Ich bin unsichtbar. Er bückt sich. Schieb ihn einfach rein, Junge. So einer bin ich nicht. Sorry. Gucken hier alle auf den Titan und wir räumen auf. Habt ihr das gesehen? Der saftige, der saftige Sound hier. Guck, guck. Irgendwie ganz witzig. Die checken gar nicht, dass ich hier bin. Die Tarnung ist mega unfair. Alles klar. Ich muss hier so hin. Hier so, da so. Irgendwas schönes. Nö, ich bleib bei der hier. Das macht ihm die Laune. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. Ich weiß. Du musst nicht alles 400 Mal sagen. Das weißt du schon, oder? Wartungsüberbrückung aktiviert. Öffne Flussregulierungstor. Warnung. Toxische Dämpfe in Hauptkammer eingeladen. Aktiviere Sicherheitsschleuse des Kontrollraums. Die Druckschleuse hat sie im Kontrollraum eingeschlossen, Pilot. Sie müssen einen anderen Ausgang finden. Wir müssen uns trennen. BT! Nein! Nein! Trennen! Klingt riskant. Angesichts der schwierigen Lage müssen wir das Risiko eingehen. Ich verfolge Ihre Position. Schlage vor, Sie suchen einen Ausgang. Schreit Sie nun verhauten! Sie werden angegriffen! Du verfolgst mich. Das ist irgendwie unheimlich, BT. Das ist ganz und gar nicht meine Absicht. Ich erschrecke nur unsere Feinde. Oh! Der kleine Stalker hier. Oh! Die leben noch. Du bist irgendwie unheimlich, BT. Wollt's nur gesagt haben. Und da fliegt ein Hirn weg. Hier spricht Kay. Was wir hier haben, meine Freunde, von der Al-Seal der Medizin. Es ist ein Fakationsproblem. Aber es ist okay. Keine Aktion. Oh shit! Was für ein friendly Dude. Alles klar. Hier komme ich durch. Der Typ ist doch nicht ganz dicht. Korrekt. Laut meiner Scans ist die Quelle irgendwo in dieser Anlage. Wir sollten keine Zeit verschwenden. Die Waffe gefällt mir. Die ist Schwifty. Die Knarre hier ist extrem Schwifty. Und Schwifty ist genau mein Ding. Und alle verbleibenden in der Zeit. Oh shit! Machen die Damage. Ihr dürft gerne bleiben, bis er euch getötet hat. Was übrigens nicht lange dauert das. Abflug. Alter, gegen mich habt ihr keine Chance, Jungs. Sorry. Ich sollte mir so einen Anzug nehmen, oder? Wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wir werden in der Aufbereitungsanlage aufgehalten. Wir haben es hier neue Mechanisierte Infanterie. Wir sitzen in der Falle. Militotig autoverbündete Miliztruppen ganz in die AW. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Vielleicht, ja. Könnte sein. All right. Wir müssen hierhin. Bitte nicht zu weit. Denn ich will nicht runterfallen. Oh, das wird nix. Nein, das wird nix. Ich hätte einen Wallrun machen müssen. Wie, ich lebe noch. Alles klar. Dachte schon. Ich autoverbündete Miliztruppen ganz in ihrer Nähe. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Okay, die Bumme hier nehme ich mit. Also hierhin und dann... So. Netter Slide. Ein verbündeter Pilot. Captain, ich habe uns zwei Milizpiloten geschickt. Feuer einstellen. Er gehört zur S-R-S. Moin. Okay. Dafür bin ich da, Jungs. Dafür bin ich da. Du bist tot, oder? Gut. Erstmal hier drüben hin. Plötzlich Terminator. What the fuck? Was hat so ein Damage gemacht? Nein. 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 Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Oh, nice. Oh, diese Freaks. Bisschen Hilfe wäre ganz gut. Bisschen Hilfe wäre ganz gut. Ich brauche mehr Munition. Boah, die Menschen explodieren. Die Bumme hier gefällt mir. Müssen wir hier rüber? Soll ich es versuchen, rüber zu kommen? Achtung, den Unterabteilung 3A liegt ein großer Browler. Umgehende Sein. Alter, zieht euch die Scheiße rein. Heftig, oder? BT? Nein. Kein BT. Absolut kein BT. Was? Wie? Ihr wartet hier. Ich brauche Hilfe. Hilfe. Nicht euer Ernst, oder? Alles klar. Munition wäre schick. Bekomme ich hier drüben noch mehr Munition? Weil das Baby gefällt mir. Besonders, weil die Soldaten so schön zerrissen werden. Soldaten zerreißen. Genau mein Ding. Äh. Ein Helm. Wie komme ich da hin? Äh, okay. Da hinten ist ein Helm. Wo muss ich hin, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die einzige Chance zu überleben. Boah, warte mal, aber. Scheiße. Wie soll ich denn hier überhaupt irgendwo hinkommen? Uh, alles klar. Eine kleine Runde hier gedreht. Okay, warte mal. Wie kann ich hier nach oben? Wie kann ich hier... Ah, hier drüben ist ein Rohr. So. Gehen wir mal hier hin. Danke. Lassen wir dich aus dem Weg räumen. Ja, ihr werdet auch aus dem Weg geräumt. Kein Grund zu quengeln. Jeder stirbt. Wo, 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 wo. All right. Gehst du da durch kaputt? Jetzt auf jeden Fall Moment, Operation Helm Keine Ahnung, was ich mit dem verdammten Helm Eigentlich will, aber Gut, ne Ist so dreckig Dunkel hier unten Ne Könnte sein, dass ich tot bin Ne, ich lebe noch BTF, wie soll ich denn da hinkommen Na, Moment Zurück erstmal hier Also hier hin So Jetzt kann ich hier hin Aber ich muss hier irgendwie unten durch Will ich diesen Helm wirklich? Ist mir der Helm so wichtig Kann ich auch ohne diesen Helm leben? Nein, kann ich nicht aus irgendeinem Grund Was Warum? Aber wie? Ist auch so dunkel hier unten Ich Komm ich überhaupt da unten durch Wenn ich auf dem Rohr bin? Ne, 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 ne Never My friend Never Und der Schlamm ist Widerlich Auch mit nem Wallrun Komm ich Versuch's Moment Wahrscheinlich total Simpel Ja Ja, ich hab's Das war so simpel Ich denke immer so kompliziert Sechs Stück gibt's hier Nicht euer fucking ernst Sechs Stück Ich hab den nur geholt Für mein Ego Einfach nur weil ich mich geil Fühlen will Weil ich nen Helm hab Und rutsch Was ist denn hier los? Die sind gar nicht gestorben Bist du auch noch am Leben? Langsam wird's lächerlich Wo denn noch? Irgendwo da hinten Ich schenke dir das Leben Woher kommst du? Mies getarnt der Bruder Mies getarnt Kein Helm, oder? Nein Sie müssen aufpassen, Pilot Was kannst du laut sagen? Sie müssen aufpassen, Pilot Danke BT Danke Was ist das hier? Scheiße Läuft da Scheiße runter? Ja Riecht nach Scheiße So Jetzt warte mal Okay Wo wäre denn die nächste Ebene Hier drüben? Jetzt hier hin Oh Snap So So Geil Weil ich gut aussehend bin Weil ich mega gut aussehend bin Ich bin voll der hübsche Boy Freut mich dich zu sehen, Kumpel Freut mich ebenso, Pilot Die Steuerung des Schlammstroms ist in der nächsten Kammer Ich markiere sie auf ihrem Hart Sehr lieb von dir Du bist ein Schatz Die sind total unschuldig Aber ich töte sie Nach hier muss ich hin, ha? Ihr habt keine Chance Ihr habt keine Chance Ihr seid echt billiges Personal, ha? Wo ist der Fähige? Wo ist der Fähige Mann? Die Soldaten sind Biomüll Über Brücke Pumpenfilter Notabschaltung Initiativiert Bestärkung Gut Bestärkung Lander 4 Setz dir jetzt die Ticks ab BT Pumpenabschaltsequenz 20% What the fuck? Klicks Weiß nicht, ob ich die mag Ich glaub nicht Nein Nein Schlammfelle enthalten in hoher Konzentration Schwermetalle Die meine Zielerfassungssysteme stören Ich muss die ganze Arbeit machen Fürs Erste Ja Gut BT Gut Brarsch Noch mehr Klicks? Ne, nicht noch mehr Klicks Oh fuck me Die waren auf einmal vor mir Ihr stinkt ja Die Schlammfelle enthalten in hoher Konzentration Schwermetalle Die meine Zielerfassungssysteme stören Wie schwer kann das sein? Schieß einfach In der Kampfzone meines Piloten blind zu feuern Verstößt gegen Protokoll 3 Aha Okay, vorsichtig, die Klicks stehen direkt vor mir und töten mich Spiel damit Ich spawne hier direkt vor meiner Nase Noch mehr Klicks oder Hab ich's hinbekommen? Jungs, ihr habt keine Chance Lasst es doch einfach gut sein Irgendwie die Klicks töten euch Ey, wie viele Klicks sollen denn hier noch kommen? Pumpenabschaltsequenz 50% Aha, so viele Oh, ist mies Ist richtig mies Ist richtig mies Pumpenabschaltsequenz 80% Komm schon Sharon Beeil dich Hier Ja Pumpenabschaltsequenz 90% Alter Wie viele? Fuck me, fuck me, fuck me Oh, fuck me B.T. Mach sie alle tot Bruder, mach sie alle tot Das war ein schwieriges Gefecht, Pilot Sie haben sich gut geschlagen Ich habe alles für ihre Aftel montiert Boah, danke, B.T. Was kann auf dieser Seite identifiziert? Hier entlang Die Bürokratie sitzt, ne? Die sitzt Pilotensteuer holen Protokoll 2 Mission fortsetzen Ich habe Befehl Spezialeinsatz 217 abzuschließen Und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen Alles klar Aber ich würde sagen Hier machen wir einen Cut Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder Danke fürs Zusehen Und Bewertung nicht vergessen Tschüss